Ich habe jetzt zehn Einsätze. So, maybe we start with a little bit of biographical information. Okay, thank you. My name is Andrew Anmoto. Sie schrieb die Gewalt, die als allumfassende und permanente Möglichkeit erscheine, verwandele das Land. Die Menschen könnten sie spüren und lebten mit ihr wie mit einer andauernd anwesenden Person. Die Menschen sind in der Karte. Sie sind in der Karte. Die Hände sind verrückt. Das ist verbringst. Die Schäuze sind verbringst. Wenn du das eine Mal einbehörst, dann wird die Schäuze wissen, was das Gefühl ist, für die ganze Zeit. Ich habe nicht gesagt, dass es schlecht ist. Ich habe gesagt, dass sie meine Fresse mit dem Namen des Islam verbringst, Denn alles, was in meinem Land passiert, sagten sie, es ist nicht schlecht, es ist nicht schlecht, aber nein. Da hätten wir schon 1995, als wir wussten, was da los war, eingreifen sollen und nicht warten bis 2001. Aber 2001, das war sechs Jahre zu spät. Wir haben sechs Jahre gewartet. Wir folgen nicht den Taliban, wir folgen unsere Religion. Sie schrieb, wer hat Anspruch auf ein Material, auf ein Dokument, auf eine Geschichte? Kann ich über einen Konflikt, über eine Zeit berichten, wenn ich sie nicht erlebt habe? Und Erinnerung sei eher eine Situation, schrieb sie, die sie mit anderen teilen wolle, als ein Gedanke oder ein Grund. Untertitelung des ZDF für funk, 2017